Das ist viel zu einfach, oder? Das ist viel zu einfach! Oh nein! Yo, was geht ab, mein Name ist Joka Tullullu, aka The Freshman of YouTube. Hier am Start mit I am Serafina. Hallo! Heute am Start mit einem neuen Emoji-Song Battle. Die Regeln sind, sie hat fünf Emojis am Start, also fünf Songs. Ich hab fünf Songs und wir haben dann jeweils 30 Sekunden Zeit, um zu erraten. Man kriegt nur einen Punkt, wenn man etwas erregt. Yo, Fam, ich hab in dem Video ein paar Eier versteckt wegen Ostern und so. Tullullu-Quizfrage ist, wie viele Eier sind in dem Video? Wer will anfangen? Mach mir Shing-Shing-Shing. Okay, heißt das bei dir Shing-Shing-Shing? Wie heißt es hier? Fli-Fla-Flu. Wie heißt es hier? Fli-Fla-Flu? Fli-Fla-Flu. 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 Leute, schreibt mal kurz in die Kommentare, wie es bei euch heißt heute. Nein, Fli-Fla-Flu. Schreibt mal mit in die Kommentare genau jetzt, wie es bei euch heißt. Fli-Fla-Flu. 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 Ich glaube, ich fange an. Der ist jetzt aber einfach. Der ist jetzt echt einfach. Bist du bereit? Ja. Ich gucke mich an. OK. Jetzt. Ist noch nicht da. Jetzt ist er. Okay, okay. Ein Kerl mit... Sing. Me, me, I, I, I dance, I, 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 I explode for you, I, hä, I, was? Explosion for you, I explode for you, I, I, nein, I, 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 I die for you, I die for you, nein, I, scheiße, wo ist das, wo ist das, nein, ein, und nein, scheiße, in welchem Universum ist das bitte einfach, das war knapp, das war gerade echt knapp, ich dachte, du hast das, bist du bereit? Ja, ja, ich war richtig, deswegen hatte ich schon Angst, nein, das sind zwei Hände, und das ist etwas, was explodiert, ne, bist du bereit? I catch a grenade for you, nein, oh mein Gott, stimmt, ey, okay, ich dachte, oh, okay, ich dachte ganz kurz, okay, kein Punkt für niemanden, so, sorry, kein Problem, alles gut, okay, bist du ready? Ich bin bereit, warte, erst abschicken, es ist geschickt, und jetzt darfst du schauen, okay, down hole, down tief, turn around, down, Nein, was ist denn das erste, was ist denn das erste? Ähm, das ist, was ist das, das ist Richtung, äh, turn around. Nein, was kann ich noch? Turn, äh, 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 andersrum. Ah, neun Sekunden. Scheiße, ähm, ähm, äh, ich hab keine Ahnung, was soll das, ey, ich hoffe, der ist gut, ich hoffe, der ist gut, okay, stopp. Ich hoffe, der ist gut. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit. Ich hoffe für dich, ich kann echt, ich kann gar nicht singen, gell? Egal, du musst singen. Okay, rolling in the deep. Rolling in the deep, ja, ja, okay. Hä, das versteht man schon. Ja, aber du hättest auch ein Auto nehmen können oder sowas, weißt du? Warum ein Auto? Ja, weil rolling so, ne, rollt so. Hättest du beim Auto besser gehen? Eher als das, das sind zwei Pfeile, die übereinander gehen, so, aber in the deep ist okay, ist okay, egal. Okay, okay, probieren wir es, nächstes. Den kriegst du hundertprozentig hin, also hundertprozentig, das ist, es ist schon, ne, also du musst, das geht gar nicht anders. Oh fuck, wieso setzt du mich jetzt da drauf? Ich will nicht unter Druck setzen, aber da schaffst du auf jeden Fall, ups. Kein Problem, alles gut. Auf die Plätze, fertig, los. Puntries, ähm, Puntries, Puntries and some mats. Puntries, ähm, beach, 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 fuck, da gibt es auch dieses, warte. Ich wette, mit dir, richtig viele von dir wissen es schon Bescheid. Oh mein Gott. Nein, nein, Palmen aus Plastik. Fuck. Ja, oh mein Gott, ja, ja, ich habe hier teils geschafft. Oh, ja, ja, fuck. Fuck, fuck, geil, okay, ein Punkt für mich. Okay. Der war aber echt zu einfach, der war echt zu einfach. Äh, ich hoffe, das Lied musst du eigentlich kennen. Ich erwarte, ich warte nicht viel, weißt du, alles was ich erwarte ist, dass du dir Mühe gehst mit den Emojis, okay, man muss es erkennen, also du musst es so machen, dass du es erraten könntest. Okay, bist du ready? Ich, ich bin ready. Nicht wundern, es ist nur ein Emoji, gell, ein einziger. Okay. Okay, warte, es ist geschickt. Okay. Und, go. PlayStation. Nein. Xbox. Oh mein Gott, play games. No games. Play, ähm, controller. Ja. Der war echt easy. Puh. Aber schau, ich habe es auch übergeteilt. Okay, okay, das war auch direkt drauf. Das war, ja. Der war nice, der war nice. Puh. 1,1. Scheiße, 1,1. Stehe hier ein bisschen unter Druck. Ich habe den nächsten, okay. Oh, kacke. Aufspätze, fertig, los. Bombs, Explosions, fireworks, äh. Hä? Was? Boom, boom. 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 Es kommt auf dieses Lied. Welches Lied? Boom, boom, boom. Fuck! Ja! 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 Geil! Weißt du noch ein Problem? Ja, black and eat. Ja! Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Ich weiß nicht, dass es zwei Typen sind? Nur, nein. Friend? Nein, das ist nicht. Rain, my friend. Go. Rain, don't. Ah, die drei, zwei, eins. Okay. Okay, jetzt pass auf. Wie gesagt, ich habe dir vorhin schon gesagt, dass ich eigentlich fast nur die Titel genommen habe. Ach. Okay, jetzt pass auf. Bist du bereit? Ich glaube ja. Ich hoffe für dich, der ist gut. Okay. It's raining man. Nein. Jetzt. Oh. Guck mal was. Oh. Oh. Der war auch gut. Der war gut. Wie gesagt, ich bin noch nicht so ganz im Modi erfahren. Kein Problem. Auf die Plätze. Fertig. Los. Okay. Was. Me. Like you. Like. I'm. I'm like you. Nein. I. 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 I choose you. I choose you. Nein. Wie lange dauert? 10 Sekunden. Du kommst da nicht drauf. Love. Love beats. Music. Love beats. Drei. Zwei. Drei. 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 Und ein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Das war knapp. Ja. Jetzt veríll du dir nicht wie boundary. BAUM. Du bist bereit? Ja. Der ist echt mies. Okay. Na gut. Warte. Jetzt ist geschickt. Okay. Ja! Okay. Und go! Burger I... Burger... Burger Girl... Fast Food Girl... Burger Girl... Half Moon... Walk... Walk... Walk Burger... Burger... Food... Fett... Äh... Ähm... 19 Sekunden! Okay, ein Tipp! Ein Tipp! Nee, keine Tipp! Ich brauch keinen Tipp! Ich bin Emotion King! Burger... Burger... I... Wenn das ein Half Moon ist, sowieso... Scheiße! Ha! Okay, okay, pass auf! Äh, ich warte nicht! Das ist ein Wortspiel, gell? Ein Wortspiel! Ich hoffe, das ist gut, sonst zählt das nicht! Meet... Meet... Me... Halfway... Meet me halfway... Na, na, na... Ja! Okay! Aber du hättest auch irgendwie so eine Strecke nehmen können oder sowas! Es gab keine Strecke! Ich hab vorhin nämlich geguckt! Kennst du? Ich meckere die ganze Zeit! Aber okay, das kann man doch durchgelassen! Aber vor allem dieses Wortspiel, da dachte ich mir so... Mit Fleisch und dem Burger! Ich finde locker irgendwas, was besser ist als Fleisch! Okay, okay! Ich hab nichts Besseres gefunden als Fleisch gefunden! Nix Besseres? Okay! Wirklich nicht! Also... Oh mein Gott! Willst du mich verarschen?! Was? Wir haben das hier, wir haben das hier... Ja, okay, aber das ist ja nicht... Ich hab nichts Besseres gefunden als Fleisch! So eine Hähnchenkeule! Okay, der ist okay! Deswegen ist der super einfach! Ja! Du kommst im Leben aber nicht drauf! Okay! Guck mal, ich geb dir richtig viele Informationen jetzt! Richtig viele Informationen! Ich find's aber viel schwieriger, wenn viel, viel mehr Emojis sind! Ist mir egal! Egal! Auf den Plätzen! Fertig! Los! Was? Okay! Ich seh dich, ich seh deine Nasse... Ich seh deinem Körper... Wo? Ich seh deinem Körper? Ich seh deinem Körper und kisse meine Gesicht... Hey, die ist echt gut! Ich seh deinem Körper und kisse meine Gesicht... Die Zeit geht wirklich zu langsam! Bis zu langsam an! Bis zu langsam an! No I look at your body... Nein! Nein! Boom! Was? Was war dieses Don't touch my hair? Ich weiß gar nicht, wie du auf Haare bekommst, aber ist egal. When I see your face. Oh! That's not a thing that I would change. Change, ne? Weil erst das so aus und jetzt so aus. Ja, und dann, oh mein Gott. Cause, girl, you're amazing. Oh nein! Der ist richtig gut. Leute, gib zu, der ist richtig gut. Der ist wirklich richtig gut. Okay, Leute, jetziger Stand. Ich hab meine fünf Elmojis schon rausgeballert. Sie führt jetzt gerade 2-1. Das heißt, ich muss den nächsten erraten, damit wir noch weiterspielen können. Also drück mir die Daumen. Oder drück mir die Daumen hoch. Bist du ready? Ich bin gut. Okay, go. One gun, one shoot, two shoot, one shoot, two shoot. Ja! Aber one shot, two shots. Hiehst du richtig? Ja! Kennst du das nicht? Nee, aber ist mir egal. Ausgeglichen, Leute. Guck mal, der ist richtig einfach und richtig schwer. Hä, wie meinst du das? Man kann drauf kommen, aber man kommt nicht drauf. Scheiße, okay. Wenn du den jetzt nicht errätst, ich aber deinen nächsten narrate, dann hab ich gewonnen. Stimmt. Auf die Plätze. Fertig. Los! Ich kommst nicht mal drauf. Ich kommst nicht mal drauf. Oh, du wirst dich ärgern. Du kennst den Track auf jeden Fall. Sorry. Nein! Nein! Scheißdreck! Was assoziierst du mit der Glühbirne? Dieser ding, ding, ding. So, als wenn man irgendwas versteht. Ja, genau. Pass auf. If I were a boy, I think I would understand. Oh mein Gott! Ist der gut oder ist der gut? Der ist sehr gut! Der ist gut! Oh mein Gott! Wenn ich sie jetzt errate, hab ich gewonnen. Leute, drückt mir die Daumen hoch. You ready? You ready? Go! Ich weiß es. Nein, nein! Ich kann die Zeit ablaufen lassen, weil ich weiß! Nein, nein! Leute, ich werde gewinnen! Nein! Ich warte, ich werde auf jeden Fall gewinnen! Das ist viel zu einfach, oder? Das ist viel zu einfach! Oh nein! Sie lag vorne, Leute. Sie lag einfach vorne verliert. Oh nein! Okay, pass auf! Ich öle kurz meine Stimme. Du kannst auch länger deine Stimme ölen. Wenn die 30 Sekunden vorbei sind, gibt es keinen Punkt. Pass auf! Like diamonds in the sky. Shine bright tonight! Danke fürs Daumen drücken, Leute! Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch. Teilt dieses Video. Schaut auf jeden Fall bei I am Serafina vorbei. Auf jeden Fall hier irgendwo verlinkt. Ich weiß nicht, ob die Leute da oder da. Mein Name ist Joka Tululo, a.k.a. The Freshman auf YouTube mit der Madehip. Hey! Ach, da bist du schnell! Das ist was sie gesagt.